Dieses zu erwerbende gut gepflegte Vierzimmer-Reihenendhaus liegt in Krefeld. Das im Jahr 1965 erbaute Gebäude wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 408 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 121 Quadratmetern. Das Gebäude steht für 288.500 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.